Heute ist Weltfrauentag und wir wollen euch jetzt sehr gerne Produkte zeigen, die für uns persönlich für Empowerment stehen. Hi, ich bin Milena. Hallo, ich bin Malka. Für mich sind es an sich einfach Produkte, die mich unabhängiger machen, irgendwo selbstbewusster oder dass ich halt alleine funktioniere. Mein erstes Produkt ist ein Nagellack. Das ist tatsächlich auch der, den ich gerade trage. Wenn ich Nagellack trage, ich fühle mich damit eben sehr selbstbewusst. Ich finde so dieser Gedanke, dass man nochmal auffällt bzw. sich da nicht immer versteckt, sehr cool. Ja, das stimmt. Also ich hatte einmal eine Situation in meinem Leben, die mich sehr viel weitergebracht hat. Ich war ein Jahr in Kanada und war dann in der Gastfamilie. Wir haben uns auch gut verstanden, aber es wurde mit der Zeit immer schwieriger und ich habe mich unwohl gefühlt, aber habe immer noch trotzdem gedacht, es ist nicht so schlimm und es kann auch immer noch schlimmer werden. Und so dieses Ungewisse, was danach kommen könnte, macht mir auch Angst. Vielleicht ist es ja schlechter. Und ich glaube, das kennen viele, dass man sich in irgendeiner Situation befindet, nicht so ganz glücklich ist, aber einfach Angst hat davor, was zu ändern. Genau, und ich habe damals die Gastfamilie gewechselt, bin wirklich in einer Nebel- und Nachtaktion, dann in die neue Gastfamilie gefahren und es war wirklich alles sehr schwierig und damals auch für mich ein riesengroßer Schritt. Aber es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Nicht nur, weil ich danach viel glücklicher war, sondern auch, weil ich dadurch gelernt habe, wenn sich was nicht gut anfühlt, was zu ändern und nicht davor Angst zu haben, was könnte sein, wenn man was ändert. Also für sich selber einstehen einfach auch so ein bisschen. Das ist immer ganz leicht gesagt, aber vielleicht sollte man sich immer mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen. Ich schaffe das und ich glaube, das ist auch schön von einer anderen Person, das dann immer wieder zu hören. Schau mal, weil du meine Lieblingsfreundin bist. Das finde ich sehr süß. Ja. Das ist natürlich auch cool. Das ist ein cooles Geschenk für die Freundinnen. Ja, ich vermute mal, das sind auch so Motivationssprüche teilweise oder irgendwie so zum... Genau, aber das kann man zum Beispiel einer guten Freundin schenken. Dann kann ich das jeden Tag umblättern und dann fühlt sie sich gut. Ah, die finde ich gut. GBL Kopfhörer. Ja, die sind sehr gut. Auch Thema Musik. Bei mir ist es allgemein, wenn ich Musik höre, dass ich mich dann nicht schon immer sehr selbstbewusst fühle. Musik ist einfach ein großer Bestandteil. Damit kann man sich total gut empowern. Ja, ich habe hier direkt dieses Buch rausgenommen. Das heißt Fräulein Gold, die Stunde der Frauen. 1925, also Anfang 20. Jahrhundert. Leitenden Hebamme, das ist natürlich auch interessant. Ja, gerade auch natürlich Thema Feminismus und Empowerment. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Eine wie Alaska von John Green. Das ist mein Lieblingsbuch, also es ist wirklich schon 50 Mal gelesen quasi schon. Dieses Mädchen steht halt eigentlich wirklich wie für Selbstbewusstsein, für Empowerment quasi. Es ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen. Mit ihr fühle ich mich jetzt nicht selbstbewusst, aber sie ist auch schon so eine Art Vorbild eben, weil sie eben auch sehr handelt, wie sie das gerne möchte, nach ihren eigenen Vorstellungen. Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Eine kurze Geschichte der Menschheit von Noah Harari. Bei dem Buch geht es bei mir weniger um die Geschichte selbst, beziehungsweise auch ein bisschen, aber Bücher sind eigentlich so unser Zugang zu sämtlichem Wissen. Das Privileg, dass wir besonders jetzt hier in Deutschland immer an alle möglichen literarischen Werke rankommen können, steht für mich für Empowerment. Mein nächstes Produkt ist tatsächlich an meinem Körper. Und zwar ist es einmal hier dieses Armband und eigentlich zusammen auch noch mit dieser Kette. Das sind beides Geschenke gewesen von meiner Familie. Ja, und mit denen fühle ich mich einfach sehr wohl eben auch, weil die mich natürlich an Leute erinnern, die mir sehr nahe stehen, weil die mir das geschenkt haben. Ich verbringe auch sehr, sehr gerne Zeit zu Hause oder an sich mit meiner Familie und dass man halt irgendwie den Rückhalt hat. Genau, deswegen habe ich das Mut gebracht. Ich habe einen Chai-Tee dabei, mein Lieblingstee. Also für mich ist es so ein Symbol für Selbstkontrolle. In Zeiten, in denen ich dann wirklich gerade so meinen Tag gut strukturiert habe, das sind dann auch Zeiten, wo ich wirklich mir sage, jetzt mach hier fünf Minuten lang diesen Chai. Und dann fühle ich das aber auch sehr, den noch mit Milch und Honig und den so richtig anzurichten, dass man sich halt auch mal Zeit für sowas nimmt. In der heutigen Gesellschaft kommt sehr viel Druck von allen Seiten, besonders von sozialen Medien, dass sich viele dort Vorbilder setzen, die ganz unrealistisch sind. Und ich finde, diese Unabhängigkeit und dieses gesunde Selbstbild ist sehr, sehr wichtig. Und dass man sich selber seine eigenen Ziele setzt, die man erreichen möchte. Und das ist für mich so eine Unabhängigkeit, die ich mit Empowerment verbinde. Was gibt euch in unsicheren Momenten das Selbstbewusstsein? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und abonniert den Channel. Bye. Tschüss.